hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren herausforderung zum konen battle pass heute haben wir die folgende herausforderung und zwar ist es eine seltene herausforderung für 70 ep obsidian sammeln bisher habe ich leider nur eine stelle gefunden wo ich tatsächlich obsidian hier auf der insel gefunden habe und zwar ist das die hinter mir ich befinde mich hier gerade in f wie friedrich 6 hier kann ich ein bisschen rein so um das ist in der nähe von der schmiede der erstmenschen und von tölpels wacht und obsidian ist dieses große blaue zeug was wir hier vor uns haben und wie ihr seht es ist natürlich nicht allzu viel was man dann hier holen kann also ich habe hier diese zwei stellen habe ich bisher leider nur gefunden einen kleinen nachtrag habe ich noch für euch und zwar bin ich jetzt hier etwas weiter heruntergelaufen also wir waren vorher oben und ich bin hier das stück runtergelaufen und ich sehe gerade hier gibt es auch noch mal obsidian das heißt hier ist auch mal eine dritte stelle da müsst ihr wohl aufpassen natürlich mit der lager hier ist eine vierte stelle hier ist noch mal das fünfte hat schon als fünf gefällt dann ist es eine sechste stelle sogar schon eins ist irgendwie doppelt gezählt worden ich weiß auch nicht und hier ist eine siebte stelle und noch ein wenig weiter bzw wieder zurück bin ich gelaufen wir waren ja eben ungefähr hier dann bin ich den weg nach hier zurückgelaufen und hier befinden sich noch mal weitere stelle achte und die neunte stelle wenn ihr dann von da aus ungefähr noch mal ein wenig weiter lauft und genau hier seid dann findet ihr die letzte stelle die ihr braucht um den battle pass zu beenden seid allerdings gewarnt denn es werden sich auch stärkere gegner hier im hintergrund befinden ja das war es dann zur heutigen folge wenn euch dieses video helfen konnte lasst doch gerne einen daumen nach oben da und ihr dürft euch natürlich auch gerne weitere videos zum thema korn battle pass anschauen von mir bis zum nächsten mal vielen dank für den like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich auch gerne abonnieren bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal